Musik Ich bin immer noch am Fallen. Ich bin immer noch ein Schleige. Oh, deine Schleige. Gehört mich mit der Butter an. Kwan in der Liebe. Das ist doch perfekt für uns. Ja. Und jetzt hörst du noch so eine Stimme von so einem dritten Typen. Das findest du gut, ne? Das stimmt eigentlich nicht mit dir, ey. Als ob wir zwei nicht schon schlimm genug sind, ey. Was ist das hier für ein Pornokeller? Wir sind hier schon wieder gelandet. Okay, ich geh wieder. Ich muss erst mal halt essen. Ey, aber du verlierst aber noch Lebensenergie. Was soll denn? Das ist giftig. Hast du da für'n Scheiß gekocht, ey? Auf dem Grabstein steht Verrat. Das ist ein Buch. Sie sind unser... Und die ganzen... Ich habe lange verloren. Komm, Daniel, wir holen uns die Gemeinschafts-Urne. Und wenn? Die Gemeinschafts-Urne. Da kommt unsere Asche rein, wenn wir sterben. Ach so. Und der... Wer lässt sich denn heute noch verbuddeln hier, weißt du? Ja, wir nehmen uns einen Gemeinschafts-Gag und tun unsere... Wir bitten darum, dass unsere Körper in einer fraglichen Pose zusammengelegt werden. Ja. Um übereinander zu starten. Ja, der Daniel, der muss direkt wieder übertreiben, ey. Ich dachte, mehr so an Händchen halten. Aber okay, der Daniel, der geht direkt ums Eingemachte. Jetzt weiß ich, wie du tickst. Stille Wasser sind tief, ey. Direkt die knochigen... Die knochigen Zungen ineinander verschlingen. Ja. Ja. Und die knochigen Penisse. Verdammt. Ich hab das falsche gegriffen. Raus damit. Warum soll ich denn einen Helm aus Seine tragen? Was denn der Scheiß? Kann ich auch, weiß ich nicht. Eine Fußmatte als Decke benutzen. Ja. Wenn du deine Knorren als Skelette haben, keine Zunge. Wie verdammt. Ja, wir sind Geister. Ich will hier nicht runter. Wir sind Geister, oder? Bücher, egal. Ich sehe ja vorne auch noch zu gern. Ah. Ich. Oh, ich hab's. Ah. Was? Wie kannst du das wagen, damit nicht zu reden? Ah. 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 Das ist... Ich hab mich auch weggeschweigen jetzt hier. Telemutieren. Ah. Ja. Der tut sich da ab. Am Leben. Ja, du kannst hier nicht sitzen. Der sieht mich voll hoffnungsvoll an, ey. Was? Es kann nur einen Schmiede. Ich, der Tyro, fordere sie heraus. Das ist ein Narren Prinz. Ja, der weiß gar nicht mehr. Er ist ein Narren Prinz. Ja. Gang 6 bei Schmiede kommst. Hahaha. Ich habe gelernt durch Bücher. Ja. Ah, ich weiß. Du tust mir ja richtig in den Zähnen weh, Daniel, wenn du Schmerzen hast, ey. Was? 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 Er ist tot, Daniel. Ganz gut. Ja, das ist ein Festwahl für dich jetzt. Ja, echt? So viel Knochen. Komm mal her, du siehst. Wir haben uns den Jungen gehabt. Hat der ein Schwert denn? Warum? Wenn es denn immer noch Leidenwärm ist. Guck dir das mal an. Wieso hast du den befreit? Hahaha. Ich tu die Geist mal aufbauen. So wie sie steht. Wieder ein Buch im Grabstein. Das hat Roland ja nicht verdient. Der tiefste Schnitt. Ein Papierschnitt? Ah, ich weiß nicht, was ihr eben seht. Ja, ist nicht in den Dreck. Da bin er jetzt, oder? Da ist so viel Staub und Dreck. Was soll das denn? Schlaf mit mir oder ich hau dir einer rein? Aber schau um. Seht, was ich mit seiner Hebebauung war. Hast du die Kiste da gesehen da? Die Karriere, ihre Schüler sind schöner, als ich je erhalte. Wie kann ihr das sein? Du nirgst so, oder meine Frau? N.N.A. Na, ich geh aus meinem Schild drauf. Ich hab keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich will nur unter deinem Schild drauf. Jetzt ist das schön warm. Ich werde schon bald wieder auf der Straßenstraße unterwegs sein. Jetzt verpüsst dich aus meinem Schild, weil er war mit mir. und dann ist die Kiste möglich. Gewacht. Beim Freitzeiten, Julian. Na, so schön warm, hos. Ja, geil. Rechte Geruch und Sohn. Was? Was? Wer bezahlt hat, wenn die Zeit reif ist. Wir wollen nicht, dass ihr in den Tod stürzt. Neun! Unsere Freunde haben seine dätrischen Lieblinge getötet. Ihr könnt das machen. Der hat bei dir gesagt. Das ist ein Reicht. Aber er hat einen Holensohnen. Du Hohensohn, du Hohensohn! Jetzt feiern die den Hohensohn. Die Leiländer Hohensohn. Was? Alter, du Hohensohn. Lieber Hermione von Teintenstein. Du Hohensohn, du Hohensohn, du Hohensohn. Die Tür ist verriegelt mit dem Gitter und ich kann einfach da durchlaufen. Nee, natürlich die falsche Richtung. Ich weiß doch nicht, wo es hier rausgeht. Und da kamen wir doch, Mann. Ja, und da gehen wir auch wieder zurück? Oder nicht? Ja, weiter, geradeaus und dann rechts. Da ist dann so ein Gang. Bei mir nicht. Das ist echt faszinierend, der Weg ist, um eine Karte zuzuschauen. Ich bin doch kein scheiß Pac-Man. Na ja, das V ist irgendwie so bei dir so vor. Pac-Man ist rund, du Analphabet. Ich glaube, ich kann sogar höher springen als der. Na ja, jetzt sieht man... Ah, guck mal im Chat. Ja, da schreibt einer. Das ist der. Ja. Ja, want to go with us? Wollen wir mit denen gehen? Fuck this shit, I'm out. Wir mussten da auch durch. Ich bin gleich schärft da stehen seit der Level 18 und 19. Ja, warte es, wenn die das wirklich schaffen. Ich hab manchmal halt das Gefühl, dass die Leute, die viel niedrigiger sind, dann viel, viel stärker sind, ey. Die Stadt der Asche, ja. Ja. Ich hab gemäß das ist. Ja, ist schon gut. Ich weiß schon, ist ja der immer nur die Eins. Die tun uns keine Zweier-Sachen da verteilen. Ich kann mein Polo wieder ganz runter machen. Wollte ich grad sagen, hast du die Zugbrücke hochgezogen? Na dann, willkommen zurück am Ort der Schande. Ja, für dich war halt der Ort der Schande. Ich musste zwei Bosse im Alleingang erledigen. Ich hab mich hier mit rumbeklecker. Das ist das Gebiet, wo der Weg zur Legende wurde. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum ihr vorher so viel Schatten macht, ey. Das hat nichts mit meiner Wehrwolf-Fähigkeit zu tun, ey. Ich will mal überlegen, ob ich vielleicht irgendwann mal jemandem so einen Wehrwolf-Biss gebe. Oh, okay. Warum nicht, ne? Werd ich bekannt als ein netter Spieler und dann sag ich, jetzt gib mir all deine Sachen. Ja. Zieh dich aus. Das war mein zweiter Gag. Ja, so aus meinem Kopf, Daniel. Und wir verbringen viel zu viel Zeit miteinander. Ich fäng schon wieder an, meine Gedanken zu lesen. Wo hängt die denn jetzt, Silbert? Die rennt ganz schön bald, ey. Hast du gesehen? Die ist da hinten hingerannt, zu der Hütte da hinten, ja. Und ich zieh die wieder ran und da kommt die sofort so ein Feuerball vom Daniel in die Fresse. Das war gut. Das war genau geplant. Ja, natürlich. Ich mach' ein bisschen Dämpfer. Ich weiß, ob ich Flippa... Schill du... Schill du... Schill du... Oh, scheiße... Ich dachte, ich komme hier so gut, weil du Flippa... Aber das hat nicht funktioniert. Schill du... Ach, nee. Ja, das war auch nichts, Daniel. Was war das denn? Ich wird es da einfach so auf den Weg absaufen Schill du... Ich glaube, das ist so die größte Zeitverschwendung aller Zeiten. Irgendwie schon. Der tut ein paar Mal auf uns schießen, teleportiert zu können, wir müssen ihn überfolgen. Warum heißt der eigentlich Klinkenmeister? Der schwingt gleich sein Pfeil, wie so ein Sperr. Oder das ist einfach nur schlechte deutsche Übersetzung, ey. Der ist ja weg, schon wieder. Ja, ja. Warte, den haben wir doch getroffen. Warum findest du eigentlich alle meine Moves so witzig, ey. Gerade hast du dich über meine Dance-Moves lustig gemacht, ey. Ich hab den Delfin gemacht. Den Fischer. Ich hab den Fischer anlangt. Was denn? Also ohne irgendeine Motion, irgendwie. Ja, ich hab... Ja, als würde man irgendwie eine Schachfigur über das Brett ziehen. So sieht das irgendwie aus. Ich bin magnetisch, Daniel. Ja, irgendwie schon. Ja. Wer tut denn hier trollen? Ja. Wie sieht die denn aus? Sieht ja das geil aus. Du bist irgendwie so ein Sith-Commander, ey. Ja. Oder so ein Imperial-Offizier oder so, ey. Nett? Guck, Jan, jetzt... So zieht man sich an, Daniel. So bin ich, ja. Awesome. Was? Ja, ganz bestimmt nicht, ey. Du bist das Gegenteil von Awesome. Du bist Jonson. Genhaft. What? Ja, und so... Naja, okay, ja. Ich und der Danielo mit dem unsichtbaren Schwert. Das Beste aller Schwerte. So deine Geister. Siebzehn Klatscher. Boah. Irgendwie so. Nein! Das war... Das war... Das war... Das war... Das ist aber... Ich weiß nicht, ey. Ich komme schon auf Seppur, ey. Aber siebzehn Klatscher, oder... oder war das auch schon jetzt mal nicht drüber, ey. Was für eine... Direktvoll-Spieler. Ihr seid am Leben. Was für eine Erleichterung. Die Legenden der Blut und ein legendärer... Ja, erzähl mir doch mehr über den Typen, der mich nicht interessiert. Rang 4 bei Schildloch. Geil. Wenn ich das verbessere, kann ich in zwei Richtungen gleichzeitig fliegen. Ja. Was war das denn jetzt? So langsam rückwärts runter... So rutsch ich halt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann nicht mit dem Ding sprechen, so. Bist du, ey. Im Prinzip müssen wir jetzt Rassenkeile machen, Daniel. Geil. Geister-Rassenkeile. Keine Nord- oder Ork-Seelen. Ja, die sind heilig. Ja. Ja, natürlich. Aber seinem Schicksal wird er nicht ent... Du hast doch nicht gemacht, dass er den töten muss, oder? Ja, ich hab halt andere. Ja, ich muss den aber jetzt auch besiegt Saromir. Ich muss den auch töten. Ich muss Otonir töten. Ich muss Saromir töten. Ja, mir steht hier so ein Typ. Ja, bei mir auch. Das ist Saromir. Bei mir nicht. Was ist das denn? Wer schickt ihn zu Boden? Wie können wir gegen den selben Gegner kämpfen und gleichzeitig auch nicht, ey? Wie du heilst dich? Alter! Ja. Ja, ich seh es. Könnt ihr euch verarschen? Dauert das. Dann müssen wir halt eben noch mehr Schaden machen. Schnell, bevor er wieder aufsteht. Ich habe meinem Meister gute Dienste geleistet. Ich habe meine Seele verkauft.